Hi Leute, in dem Video wollte ich mal Dankeschön sagen an euch, an YouTube, so dass es es gibt, dass es euch gibt. Mir kommt immer mal wieder so, dieser Gedanke. Oder einfach diese Dankbarkeit, wie schön es ist, einfach alles aussprechen zu können. Und heutzutage finde ich, YouTube ist dafür so eine perfekte Plattform. Man sieht genau die Leute an, denen es weiterhilft. Man sieht genau die Leute an, die damit resonieren. Und die anderen gucken es halt auch nicht. Warum? Oh, gibt mir keinen Sinn. Die sind ja gerade an einem anderen Punkt, die können andere Sachen schauen. Genau. Und ich finde, YouTube gibt mir so eine schöne Möglichkeit, einfach alles rauszulassen. Ich meine, bei Kindern ist es ja auch, oder ihr kennt es ja in der Kindheit, wenn die Kinder noch alles rauslassen können. In der einen Sekunde weinen sie gerade und eine Sekunde später lachen sie. Die lassen die Emotionen einfach durchgehen, wie im Fluss, die sind völlig im Sein. Und dadurch, dass ich hier die Möglichkeit habe, Videos zu machen, kann ich immer einfach alles in Emotionen oder alles, was ich gerade verarbeite, einfach rausgeben und weitergeben. Und muss das nicht für mich irgendwie behalten, anstauen, weil es keiner hören möchte oder weil das Umfeld nicht passt, in dem ich hier gerade bin. Mittlerweile ist die ganze Welt verbunden und dann kommt auch wieder dieses Einheitsbewusstsein. Und ja, durch die Videos habe ich die Chance früher als Kind, habe ich eben alles in mich hineingefressen. Immer, wenn ich etwas gesagt habe, ich habe mich nicht verstanden gefühlt und habe dann irgendwann angefangen, mich immer mehr zurückzuziehen. Immer introvertierter und total schüchtern. Ich war total verschüchtert als Kind. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie mich zu melden an mir irgendwann und nicht getraut, irgendwie jemanden nach der Uhrzeit zu fragen auf der Straße. Und weil immer, wenn ich irgendwas gesagt habe, habe ich mich nicht verstanden gefühlt oder nicht richtig gefühlt. Und wenn man laut war als Kind, irgendwann kommen dann die Eltern oder irgendjemand und sagt, ach, stehen, ruhe, sitzen und in der Schule, so bist du nicht richtig. Und gerade durch Videos, so wie das, kann man einfach ausleben, was rauskommt. Und derjenige, der in der gleichen Situation gerade ist, kann das dann auch nachvollziehen. Und dem hilft es auch weiter und der wird es auch schauen, der wird es anklicken und jemand anderes nicht. Den interessiert das Thema ja gerade gar nicht. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Ich habe schon neulich zu Ramona gesagt, dass wir noch in Thailand waren und auch geschwiegen haben. Dazu gibt es auch ein Video, könnt ihr mal in die Infobox schauen, verlinke ich mir. Schweigen, wir haben drei Tage geschwiegen. Dann habe ich auch zu Ramona gemeint, so, hey, YouTube ist mein Therapeut, so. Ich kann da alles rauslassen, alles bearbeiten, alles, was ich bearbeite, da rauslassen. Und das macht mich unglaublich glücklich, irgendwie das einfach loslassen zu können, das fließen zu lassen und dadurch so im Sein zu sein. Also, ich habe auch immer gemerkt, so, egal was ich mache, auch wenn ich irgendwie gerade einen Videokurs gemacht habe oder irgendwelche anderen Sachen, E-Book geschrieben oder so. Ich hatte immer das Bedürfnis, Videos zu machen und auch zusätzlich. Auch wenn ich einen Videokurs aufgenommen habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, das, was gerade rauskommt, irgendwie in Videos rauszulassen, weil es einfach eine Möglichkeit ist, es rauszulassen. Und dadurch nichts anstopft und alles im Fluss ist und alles fühlt sich dadurch so gut an. Das ist was, wo ich darauf bestehen würde. Ich habe noch zu Ramona halt gesagt, so, eigentlich würde ich Geld dafür bezahlen, Videos machen zu dürfen. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Und ja, dafür wollte ich euch nochmal Danke sagen und an diese wunderbaren Plattformen und diese Möglichkeit. Und für Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, über YouTube habt ihr die Möglichkeit, können auch Videos machen. Mir wäre das auch egal, ob jemand zuschaut oder das. Das ist egal. Es ist einfach das Gute, es auszusprechen, es rauszulassen und es nicht anzusteuern. Einfach durchfließen zu lassen. Es rauswählen, rauskommen und nicht zurückhalten, weil es jemandem nicht gefallen könnte. Ja, tut natürlich gut. Wollte ich nochmal losgehen. Das war's doch schön. Macht's gut. Ciao.